Papa, kaufst du mir ein Computerspiel? Was denn für ein Computerspiel? Für meine Konsole. Es gibt ja so ein neues, cooles Autorennen. Nein, Max. Das ist zu teuer, um es einfach mal ohne besonderen Anlass zu kaufen. Aber du kannst dir gerne was beim Bäcker aussuchen. Kinder, ich muss nochmal in die Wohnung. Ich hab meine EC-Karte oben liegen lassen. Ich bin gleich wieder da. Hör mal, Max. Dir ist gerade eingefallen, dass ich dir dein Taschengeld noch gar nicht gegeben habe. Wenn du ein Computerspiel haben willst, kannst du ja darauf sparen. Wo ist mein Geld? Das hat Lena, glaube ich. Ich hab's genau gesehen. Ja, nein.